Ja, es läuft gut, es ist gut, dass wir nach dieser drei Wochen Pause zurückkommen. Jetzt kommen wir zurück und machen diese zwei Wochen Training und es ist gut, ich glaube, für die Stimmung und für uns, dass wir in der Form bleiben und alles und jetzt läuft es gut. Wir müssen einfach jedes Spiel punkten, es zählen Punkte in dem Mitbewerb, in der Liga und ja, wir sind drei Punkte vor allem am letzten Platz, das heißt einfach, dass wir wieder im Januar Vollgas geben müssen und das erste Spiel wieder gewinnen müssen und fertig aus. Bis zum nächsten Mal.